Herzlich willkommen zum diesjährigen Sommerforum Medienkompetenz und zwar unter dem Titel politische Meinungsbildung mit Gefühl? Ich bin Theresa Sickert und ich darf Sie ganz recht herzlich heute hier alle begrüßen, mein Publikum vor Ort, aber natürlich auch alle Menschen, die heute im Livestream zuschauen. Und das darf ich tun im Namen der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen und auch im Namen der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hier bei Alex Berlin. Und wenn wir über die politische Sphäre sprechen wollen und Gefühle, da fallen mir gleich so ein paar Beispiele ein. Mir fällt auf jeden Fall ein der Kniefall von Willy Brandt. Mir fällt ein die Wutrede von Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen. Und mir fällt auch auf jeden Fall sofort ein, wie Donald Trump Emotionen benutzt hat, insbesondere Hass, um auch seine Reden damit anzureichern oder auch Tweets abzusetzen. All das sind also Emotionen, die wir, große Emotionen, die wir aus der Politik kennen. Und trotzdem gibt es die weit verbreitete Vorstellung, dass eigentlich politische Meinungsbildung etwas wäre, was man faktenbasiert tut. Und dass das ein ganz rationaler Prozess wäre. Also man sucht sich die Inhalte raus, man beliest sich, man wägt die Argumentationen ab und kommt dann zu einer Entscheidung. Und ganz so einfach ist es aber eben nicht, denn nicht nur die Inhalte spielen eine Rolle, sondern eben auch unsere Gefühle beeinflussen unsere Wahl und damit eben auch die Wahlen. Das heißt, politische Meinungsbildung ist eben nicht nur ein faktenbasierter Prozess, sondern es ist auch ein Prozess, der emotionsgeleitet ist. Und welche Konsequenzen das für politisches Handeln hat und was wir daraus lernen können, das wollen wir heute auf diesem Panel besprechen. Welche positiven und auch negativen Emotionen spielen eine Rolle, wenn es darum geht, die eigenen politischen Meinungen über Medien zu bilden und diese zu kommunizieren? Wie eigne ich mir eigentlich Wissen über Politik in den Medien an und wie kann man demokratisches Handeln durch politische Kommunikation eigentlich aktivieren? Das wollen wir also heute besprechen und zwar mit meinen vier Expertinnen, die zu mir gekommen sind. Und wir werden dann ab 15.20.25 Uhr direkt noch in die Mediuspreisverleihung einsteigen. Da geht es dann um Abschlussarbeiten aus dem deutschsprachigen Raum, die innovative Aspekte aus dem Medienbereich, der Pädagogik und auch dem Jugendmedienschutz ans Licht holen. Aber jetzt erst einmal Politik mit Gefühl. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Dr. Aletta Diefenbach, Soziologin und Kulturwissenschaftlerin und sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der FU Berlin im Arbeitsbereich Soziologie zur Soziologie der Emotionen. Aktuell im Forschungsprojekt Streitsache Emotionen, die Aushandlung und Etablierung von Emotionsrepertoires in der literarischen und politischen Öffentlichkeit Deutschlands. Da werden wir bestimmt noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Schön, dass du dabei bist. Maria Popov, Journalistin und Moderatorin, war Teil des Auf-Klo-Teams bei Funk, bei dem sie als Redakteurin und Moderatorin arbeitete. Und Maria setzt sich für Geschlechtergerechtigkeit ein, moderiert Veranstaltungen, dreht Dokumentationen sowie Reportagen und tritt auch immer wieder in den Dialog mit Meinungsmacherinnen und Aktivistinnen und präsentierte zuletzt als Journalistin relevante Themen im News-Podcast Stand der Dinger. Zu meiner Linken, Karline Mohr, Leiterin Social Media bei Bild und Chefin vom Dienst für Audience Development mal gewesen beim Spiegel. Danach bei der Lubring Group als Head of Platform Strategy für Kunden wie auch Mercedes-Benz. Und ab 2019 hat sie den Newsroom in der SPD-Parteizentrale geleitet. Am Ende wurde Olaf Scholz Bundeskanzler. Und zuletzt war Karline stellvertretende Chefredakteurin bei Business Insider und ist seit diesem Jahr selbstständig als Kommunikationsberaterin und Digitalstrategin. Schön, dass du da bist. Und last but not least Mo Asumang, Moderatorin, Produzentin, Regisseurin, Schauspielerin und Dozentin. 1996 die erste afro-deutsche Moderatorin im deutschen Fernsehen. Und seit einer Mordröhrung von einer Neonazi-Band spricht sie in Schulen und Universitäten über ihre persönlichen Erfahrungen mit eben Demokratiefeinden und zeigt dort auch ihren Film Diaria. Da werden wir auf jeden Fall heute auch noch drauf zu sprechen kommen. Und mit dem MoLab, und da sehe ich gerade, ist auch so ein kleiner Anstecker dran, mit dem MoLab hat sie einen Verein gegründet, der sich für einen demokratischen Dialog einsetzt. Und wurde 2019 für ihr Engagement auch ausgezeichnet mit dem Bundesverdienstkreuz. Und damit, schön, dass wir also sprechen können alle zusammen. Und ich würde vielleicht mit Aletta in dieser Runde beginnen wollen, damit wir vielleicht erst einmal so ein bisschen glatt ziehen, was wir überhaupt unter Emotionen verstehen. Denn gemeinhin glaubt man, wenn man von Gefühlen spricht oder von Emotionen, dann geht es eigentlich nur um so eine innere Regung. Was fühle ich eigentlich gerade? Aber was verstehst du denn darunter? Ja, also das ist natürlich sehr richtig, dass Emotionen, Gefühle, was mit dem Körper zu tun haben. Wir merken das, dass es sich verändert. Wir werden erhitzt, wenn wir wütend werden. Also es hat natürlich schon stark was mit einem selbst zu tun, mit dem Inneren. Aber das ist dann die soziologische Perspektive. Es hat eben auch sehr viel mit Gesellschaft zu tun, nämlich mit den Werten, die durch Emotionen sichtbar werden. Wenn wir wütend sind, werden wir verletzt. Oder wenn wir wütend sind, wird ein Wert verletzt, unsere Identität zum Beispiel. Und dann regen wir uns dagegen. Oder wir sehen auch, wie Emotionen was mit Machtverhältnissen zu tun haben. Scham hat oft was damit zu tun, dass man sich unterdrückt oder zurückgesetzt fühlt. Es hat aber auch was mit Kultur zu tun. Wir kennen unterschiedliche Emotionskulturen. In manchen Kulturen ist man bei Beerdigungen, zeigt man die Trauer ganz expressiv, bei anderen weniger. Und daran merkt man, dass Emotionen uns zwar auf uns selbst zurückwirft und damit sich sehr innerlich anfühlt. Aber es ist eben auch immer was Gesellschaftliches, was kollektiv ist. Und hat was mit den gesellschaftlichen Bedingungen zu tun. Und wenn wir vielleicht jetzt mal so auf unsere Gesellschaft schauen, und das würde ich vielleicht in die gesamte Runde gleich mal geben wollen, was beobachtet ihr gerade so für Emotionen? Vielleicht Mo. Sehr viel Wut. Sehr viel Unverständnis auch zu den Wahlen. Also wie das alles entstehen konnte, dass es jetzt diesen extremen Rechtsruck gibt. Und da fasst sich natürlich jeder auch selbst an die Nase. Warum habe ich da nicht mehr gemacht? Warum habe ich mich nicht mehr engagiert für die Demokratie? Und was kann ich vielleicht in Zukunft machen? Aber die Emotion ist da oft so stark, dass man einfach die Richtung nicht wirklich findet. Und ich glaube, da braucht man einfach auch Menschen, die einem dabei helfen. Ich glaube, das braucht auch politische Akteure, die auch Räume dafür eröffnen, wo wir einander auch treffen. Aber ich glaube, im Moment sind, glaube ich, alle sehr sauer, wie es gerade läuft. Alle stimmen da total zu. Ist es nicht auch total spannend, das merke ich immer, in so Momenten, wo eigentlich total viel Bedarf für Debattenkultur ist, wird so getan, als wäre die Emotion das, was uns aber daran hindern würde. Oder also, ne, kennt ihr das? Wenn Leute dann so, irgendwer ist emotionalisiert wegen irgendwas, sagt, boah, mich macht das Wahlergebnis traurig. Oder ich habe so gewählt, weil ich bin mega verzweifelt und was auch immer. Und dann sagen Leute, nee, wir müssen jetzt hier erstmal alle ein bisschen unemotional und rationaler werden. Und dann können wir erst irgendwie wirklich Lösungen finden oder irgendwie wirklich darüber sprechen. Ich glaube, das ist ein Mythos. Ich bin zwar selber zum Beispiel richtig schlecht da drin, aber ich finde eigentlich, Emotion ist was ganz normal ist. Und Wut zum Beispiel ist eigentlich total schön. Die Frage ist, warum führt das meistens nicht zu den besten Lösungen, zum Beispiel, wie man mit so einer Wahl, mit so einem Wahlergebnis umgehen kann. Ich glaube, dass die WählerInnen, die dürfen gar nicht so emotional wählen. Denn sie wählen ja eine Partei, die am Ende dann das Sagen hat, die auch Gelder bekommt, die bestimmt im Land. Und wo das hingeführt hat, in der Zeit der Nationalsozialisten, haben wir ja gesehen. Also da darf man nicht mit Emotionen rangehen, sondern wirklich sich ganz genau überlegen, was will ich da unterstützen. Wie siehst du das? Siehst du auch Wut als die vorherrschende Emotion gerade? Oder gibt es auch andere Emotionen, die du gerade gesellschaftlich beobachtest, Karline? Naja, ich glaube, Aletta wird das besser wissen als Soziologin. Aber Wut ist ja meistens nie die Primäremotion, sondern Wut entsteht ja aus Angst vor etwas. Und Angst ist aber ja ein lähmendes Gefühl. Angst ist etwas, was einen niederdrückt, was sich nicht gut anfühlt. Wut geht nach vorne. Wut macht wach. Wut fühlt sich einfach besser an als Angst. Deswegen wandelt sich diese Angst ja schnell in Wut um, beziehungsweise wird von Parteien wie der AfD natürlich genauso getriggert. Die nehmen die Angst der Menschen und sagen, wir bieten euch was Besseres als Angst. Wir bieten euch einen Schuldigen und auf den könnt ihr wütend sein. Und da ist es, glaube ich, sehr menschlich, da mitzugehen auch. Und da würde ich direkt mal anklüpfen wollen, Aletta. Was würdest du denn sagen? Was ist eigentlich Wut ganz genau? Und wie kann man die triggern? Weil es scheint ja so zu sein, als wenn die AfD das zumindest verstanden hätte, wie es funktioniert. Ja, genau, das habe ich ja vorhin schon anklingen lassen, dass Wut eigentlich eine Abwehrreaktion ist, nämlich auf die Verletzung eines Wertes oder auch des Körpers an sich. Also wenn man körperlich angegriffen wird, dann regt sich oft Wut als Abwehr, wenn man sich schützen will. Aber es gibt eben auch auf der symbolischen, identitätsstiftenden Ebene diese Verletzung, wenn man sich zurückgesetzt fühlt, wenn man sich missachtet fühlt, nicht anerkannt. Und dann ist Wut eine sehr aggressive Emotion, aber eine, die einen ins Handeln bringt. Und das ist das, was wir schon gesellschaftlich beobachten können, dass Menschen zurzeit wütend sind. Das ist vermengt sehr viel mit Angst, mit Unsicherheit, ein Gefühl von Kontrollverlust, weil wir es mit vielen verschiedenen gesellschaftlichen Problemen gerade zu tun haben und es sehr komplex ist. Und dann ist Wut eine Reaktion darauf, ja. Das ist dann also die Reaktion erst einmal des Einzelnen. Aber es gibt ja auch eben kollektive Phänomenen, das wir eben wahrnehmen können. Es gibt also große gesellschaftliche Gruppen, die also scheinbar kollektiv eben so eine Emotion empfinden. Wie lässt sich das erklären? Also wie wird aus so einem individuellen Gefühl ein kollektives Phänomen? Ja, also zum einen kann man da schon sagen, dass es nie allein schon individuell ist, weil die Wut ist geteilt, aber sie ist vielleicht nicht öffentlich geteilt. Und findet dann aber durch die Öffentlichmachung, durch einzelne Gruppen, Personen, dann diesen Kollektivierungsmoment. Ein gutes Beispiel in der Geschichte ist die Frauenbewegung. Während der zweiten Welle gab es ja diesen politischen Slogan, das Persönliche ist politisch oder das Private ist politisch. Und da konnte man genau beobachten, wie eben Frauen sich zusammengetan haben, in kleinen Gruppen, um über ihre Gefühle zu sprechen, über ihre Situation zu Hause. Und da war dann Klau auf einmal, ach, das sind eigentlich geteilte Erfahrungen, die wir hier machen. Wir haben zwar das Wahlrecht, aber trotzdem fühlen wir uns noch nicht selbstbestimmt. Und das hat einen Prozess der Kollektivierung dann eben auch der Wut über diese Missstände in Gang gesetzt. Und so hat sich das kollektiviert durch Mitteilen. Da spielen natürlich die Medien, die sozialen Medien heute eine hervorragende, herausragende Rolle. Und da würde ich gerne nochmal zu dir zurückkommen, Karline. Wie kann man denn so ein kollektives Gefühl, so eine vielleicht auch Emotionsgemeinschaft, wenn man merkt, da ist schon ganz viel da und da gibt es eine ganze Menge Menschen, die teilen ein bestimmtes Gefühl. Wie kann man das politisch nutzen? Wir sehen das ja, wie die AfD das macht. Also die AfD schaut sich an, wo sind die Ängste der Menschen und überlegen sich dann, und das ja auch ganz strategisch, wer könnte schuld daran sein. Und das ist im Prinzip, ich komme ja aus dem Journalismus und ich habe auch mal bei der Bild gearbeitet. Und das, was die AfD macht, ist ein total typisches Boulevardprinzip. Man kann sich das so vorstellen. Stellen wir uns vor, die Arbeitslosenzahlen sind auf Rekordniveau. Was macht dann eine Bild-Zeitung, die sagt, okay, wie geht es denn den Leuten damit? Haben die jetzt Angst oder sind die wütend? Und dann muss man sich einmal entscheiden, weil das kriegt man so schnell nicht raus. Und dann sagt die Bild, nee, die sind wütend. Auf wen sind die wütend? Wir brauchen jemanden, auf den die wütend sind. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, die Regierung oder die Arbeitsalmter oder die Verwaltung. Und dann wird eine Kampagne gefahren dagegen, um die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und das ist ja exakt das, was die AfD macht. Die Leute haben Angst, weil Geflüchtete in die Stadt kommen. Die haben Angst, dass die Kommunen überlastet wird. Die haben Angst, dass ihnen was weggenommen wird. Die haben Angst, dass ihre Frauen vergewaltigt werden, ihre Töchter vergewaltigt werden. Keine Ahnung, es geht ja nicht darum, ob die Ängste rational sind oder nicht. Und dann sagt die AfD, wir sind wütend darauf, dass die Regierung das nicht hinkriegt, dass uns nicht geholfen wird. Wir sind wütend auf die Migrationsbestimmungen. Wir sind wütend auf Europa und so weiter. Und das ist, glaube ich, etwas, was total wichtig ist zu verstehen. Da gibt es Studienlagen zu. Wut richtet sich eben weniger nach innen und nach oben, sondern ganz oft nach unten, also auf die Menschen, die unter einem sind und nach außen. Also auf Europa, weil das ist etwas Abstrakteres. Da kann man besser hassen. Darf ich da kurz einhaken? Weil ich finde, Kaline, du hast jetzt gerade gut beschrieben, was auch ein wichtiger Aspekt von Emotionen sind, dass sie nämlich gemacht sind, gesellschaftlich gemacht. Zum Beispiel durch Medien, Interpretationen, die eine Partei gibt, die dann Deutungsangebote gibt, wo sich eigentlich so eine diffuse Wut hinkanalisieren kann. Also das ist etwas, was man immer wieder im Blick haben muss, dass eben so eine Emotion nicht einfach natürlich entsteht, sondern es gibt dann Deutungsangebote durch die Medien, durch die Parteien. Und da ist es eben, was die AfD macht, die gibt halt da einfache Antworten. Ja, das sind die Migranten, die Arbeitslosen und so immer die Marginalisierten oft, ja. Und das Problem der demokratischen Parteien ist ja auf eine Art, diese Emotionen nicht kanalisieren zu können. Wir haben das zuletzt bei den Bauernprotesten gesehen, das war so ein ganz ähnlicher Ablauf. Die Landwirtinnen und Landwirte waren, wenn man jetzt fragen würde, wie waren die drauf, würde man sagen, ah, die waren ganz schön wütend. Da waren die wirklich wütend. Die haben Angst, ob sie ihre Familie noch ernähren können, dass sie aufgekauft werden von den Großkonzernen, ob sie ihren Betrieb weiterführen können. Die haben erst mal Angst und dann sind die wütend auf die Bundesregierung, blockieren mit den Treckern das ganze Land. Und was machen die demokratischen Parteien? Die sagen so, wir erklären euch jetzt mal, was wir alles schon für euch gemacht haben und warum das alles gar nicht so schlimm ist. Und es wurde dann immer schlimmer. Surprise. Ich glaube, jemand wie Aletta würde auch sagen, ja, weil es einfach eine dumme Idee ist, jemandem, der wütend ist, zu erklären, warum er eigentlich gar nicht wütend sein muss. Das kann nicht funktionieren und das hat mich auch wirklich in dieser Debatte so ein bisschen fassungslos gemacht, dass sich da nicht mal jemand für fünf Minuten hinsetzt und sei es wie googelt. Wie gehen wir mit Wut um? Wie können wir mit den Bauern sprechen? Wie können wir ins Gespräch kommen? Wie kriegt man Wut aufgelöst? Und ich würde gerne nochmal zu dir kommen, Mo, weil du suchst ja genau diesen Dialog, auch mit Menschen, die anders denken als du beispielsweise. Was würdest du denn sagen in so einer Situation, was wäre ein guter Ansatz aus deiner Perspektive, um erst einmal wieder ins Gespräch zu kommen, die Gefühle des Gegenübers auch anzuerkennen? Also ich würde sagen, die Person oder die Personengruppe erstmal ernst nehmen in dem, was sie für ein Gefühl hat, weil das ist jetzt nun mal das Gefühl, ob das sich jetzt als Wut oder als Aggression oder wie auch immer ausdrückt. Das ist natürlich vielleicht nicht schön, aber ich würde es erstmal ernst nehmen und dann würde ich versuchen, da einfach zu hinterfragen und anstatt mit dem Finger drauf zu zeigen, würde ich einfach der Person oder der Personengruppe Fragen stellen. Erzähl doch mal, wo drückt der Schuh? Also wo kann man dir helfen? Und da wird man merken, dass die Leute dann erstmal so ganz erstaunt sind, weil im Moment kriegen sie einfach immer nur auf die Mütze. Wenn man aber zuhört und Fragen stellt, dann fühlen sie sich erstmal gesehen, finden sie eigenartig, aber sie rücken dann auch raus mit der Sprache. Und da kann tatsächlich auch ein Gespräch entstehen, selbst bei den krassesten Rassisten. Und genau das würde ich überall einen Haken dran machen und das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, möchte ich mal sagen. Als ich im Wahlkampf war mit Olaf Scholz und es kam der zweite Lockdown, ich weiß nicht, ob wir uns erinnern, das war der zweite Lockdown im Winter, der viele Jahrhunderte dauerte gefühlt. Und da ist die Kulturbranche Sturm gelaufen, also die Gastro, die Kulturbetriebe, die Kneipen und so weiter und haben gesagt, wir überleben nicht noch einen Lockdown. Und was dann so eine Parteizentrale klassischerweise macht, ist zu sagen, oh, da müssen wir jetzt ein positives Framing setzen, da müssen wir jetzt die ganz klare Botschaft raushauen, warum dieser Lockdown richtig und wichtig ist. Und ich fand es eine richtig schlechte Idee und habe mir gedacht, nee, das machen wir so nicht und habe damals mir Olaf Scholz vor das Mikrofon gesetzt und habe ihm die Sprachnachrichten, also ich habe vorhin nach Sprachnachrichten gefragt, habe gesagt, schickt mir eure Fragen, schickt mir alles, was euch wütend macht und das haben die Leute gemacht. Es gab einen Wutbrief von dem Jazzmusiker Till Brönner, es gab einen offenen Brief von Helge Schneider und das habe ich Olaf Scholz alles einfach vor die Nase geknallt und dann haben wir darüber geredet. Und wir haben diese ganze Geschichte am Ende, öffentlich, ja klar, und wir haben diese Geschichte am Ende eben nicht, wir haben dir nicht die Zeile gegeben, warum dieser Lockdown richtig und wichtig ist, sondern ich habe darüber geschrieben, wir fühlen uns ungerecht behandelt, Olaf Scholz. Und das hätte mir so eine Parteizentrale natürlich niemals freigegeben, deshalb habe ich das nach Feierabend online gestellt, den Computer zugeklappt und dann für den nächsten Morgen, weil es war schon klar, dass ich in der Frühkonferenz richtig Ärger kriegen will, würde schon mal die Zahlen zusammengesucht, um zu beweisen, das hat gut funktioniert und natürlich hat es gut funktioniert. Dieses Augenhöhe, Zuhören, konkrete Lösungen anbieten und nicht sagen, nein, nein, ihr müsst, eigentlich geht es euch nicht, ihr müsst nicht wütend sein, euch bauen geht es gar nicht so schlecht. Das mit dem Lockdown ist richtig so. Was ich spannend finde, ist, wir sprechen ja jetzt tatsächlich sehr viel über Wut und wir sprechen viel über Angst und mich interessiert aber, ist das jetzt eben die Emotion, die uns ins Handeln bringt oder gibt es auch andere? Aletta hat uns eine These mitgebracht, um politisch ins Handeln zu kommen, braucht es Empörung und Handlungsmacht, also verschiedene Gefühle. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen genauer erklären. Ja, genau. Also politisches Handeln geht eben nicht allein mit nur negativen oder positiven Gefühlen, sondern eigentlich mit einem Mix daraus. Und es braucht tatsächlich schon so etwas wie Wut oder man kann es auch Unrechtsgefühl nennen. Du hast es ja auch gerade beschrieben von den Leuten aus der Kulturbranche. Also es muss schon irgendein Leid vorliegen, das man erfahren hat, dass man dann aber eben, wo man dann nicht sagt, so ja, ach, das ist halt mein Schicksal oder das ist halt so, sondern man muss erkennen, das hat was mit der Gesellschaft zu tun, das ist menschengemacht und ich kann mich auch dagegen wehren. Und dadurch entsteht so etwas wie Empörung. Also ich wurde irgendwo irgendwie eben verletzt, diskriminiert, nicht anerkannt, nicht gesehen. Daraus entsteht dieses Ungleichheitsgefühl, die Empörung, was unangenehm ist, aber die bringt einen in die Handlung und dann braucht es aber für das politische Handeln auf jeden Fall noch so etwas wie Hoffnung, Handlungsmacht, ein Gefühl von, ja, ich kann was ändern. Weil sonst landet man in so einer Lethargie oder in so einer Ignoranz. Ich kann eh nichts ändern und ja, diese beiden Momente müssen sozusagen spürbar werden. Und das hat dann eben auch was damit zu tun, wie ich die Welt interpretiere, dass ich denke, ich kann mich mit anderen zusammentun und was verändern. Und sei es nur meine Unterschrift bei der Petition, sei es der Klick bei Social Media oder auch die Organisation im Verein, der Protest, die Demo auf der Straße, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt doch schon ein bisschen was ändern damit. Und gibt es die Möglichkeit, auch Menschen, die vielleicht schon resigniert haben, auch da wieder rauszuholen? Oder muss man dann sagen, ja, okay, wenn man erst mal da ist, dass man sagt, ich will hier sowieso nicht mehr und ich bin völlig raus? Also kann man die noch erreichen? Ja, also bei manchen ist es sicherlich sehr schwer, aber man sollte das auf jeden Fall nicht aufgeben, die zu erreichen, weil davon lebt unsere Demokratie, ja, dass jeder auch das Gefühl hat, ich bin Teil dieser Politik und ich kann mit meiner Stimme was ändern. Und das fängt dann eben oft auch im Kleinen an, im Lokalen, im Viertel, in der Stadt oder sonst wo, wo man sich zusammentut und was ändert, ja. Und sich einbringt in der Partei, im Fußballverein. Also ich kenne dieses Gefühl sehr gut, dass man das Gefühl hat, man kann gar nichts ändern, man ist total ohnmächtig. Also bei mir war es eben Rassismus, der mich dahin geführt hat, eine Morddrohung, die ich mal bekommen habe von einer Neonazi-Band. Und da war einfach der Boden unter mir offen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht, eben zu unterschiedlichen Themen, Frauenthemen, LGBT, Antisemitismus, gibt so viele Themen und das ist einfach ein extrem langer Weg. Also wenn man jetzt einfach nur sagen würde, okay, heute Morgen wache ich auf, jetzt bin ich bewusst und dann gehe ich los. Aber so ist das eben nicht. So, ich habe eben eine lange Phase von Verletzung erlebt, da gehe ich durch, dann verstecke ich mich erst mal. Das ist einfach so der erste Teil dieser Reise, dass man erst mal nicht darüber spricht, auch mit sich selber nicht darüber spricht und es eigentlich immer nur schlimmer wird. Und um dann wirklich in die Aktion reinzukommen, da muss irgendwas passieren. Meistens, also bei mir war es so, dass dann wirklich mit dieser Morddrohung war einfach das Level so hochgesetzt, da konnte ich jetzt nicht mehr sagen, jetzt verstecke ich mich nur noch. Aber tatsächlich war ich dann eben zu Hause und habe dann immer hinter der Tür geschaut, unter dem Tisch geschaut, sitzt da ein Nazi. Also das sind so einfach mal so ganz konkrete Momente im Leben einer Person, die Rassismus erlebt. Und so empfindet das natürlich auch jemand, der Antisemitismus erlebt und, und, und. Und sich dann aufzumachen, ist echt ein riesen, riesen Schritt und da werden wir ganz oft auch alleine gelassen. Das muss man schon auch sagen, wenn du da alleine mit dir unterwegs bist, mit deinen Gedanken, kann es auch schnell passieren, dass du einfach wirklich untergehst. Weil da einfach keiner ist, der sagt, ja, ich helfe dir. Und wenn dann die Gesellschaft kommt und sagt, okay, Nazis raus, dann wird da so eine andere Emotion drauf gesetzt und die ist aber nicht zielführend. Die bringt dir nicht wirklich viel, weil du da wirklich nur in der Aggression landest und du willst ja eigentlich selber etwas auflösen. Du willst in wieder ein positives Gefühl gehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem, dass wir tendieren, dann auch gesellschaftlich, kollektiv in diese Negativität reinzugehen. Also ich meine, was würdest du dazu sagen? Ja. Also ja, auf jeden Fall. Ich kann das nur unterstreichen. Und deine Beschreibung deiner Politisierung war ja wirklich sehr anschaulich. Und wo man sieht, dass gerade der Rückzug und das so, vielleicht hat es auch einfach nur was mit mir zu tun, ist eben oft der falsche Weg. Sondern man muss diese Gefühle teilen, sich Verbündete suchen, darauf aufmerksam machen und ins Handeln kommen. Ja, genau. Ich finde auch total gut an dem, was du gesagt hast, wie demokratiefeindlich das ist. Also diese Handlung von Morddrohungen zu bekommen, ich glaube auch jede Person, die vor der Kamera steht, weiß auch, wie das ist, Hass abzubekommen und so. Ich kann mich nur mit dir da sehr solidarisieren und weiß, wie sich das anfühlt in anderer Art und Weise. Und da sehen wir auch an Zahlen, wie krass das ist, dass ich glaube, jede vierte Person sagt, sie wurde schon mal online gehasst und hat Mobbing erlebt. Und davon zum Beispiel 13 Prozent von der Befragung, die dieses Jahr vom Bundesministerium gemacht wurde, sagt, sie hat sexualisierte Gewalt online erlebt. Und dass definitiv Menschen, die Diskriminierungserfahrungen machen, davon viel häufiger betroffen sind. Und das ist so wichtig und besonders, dass dann aber zum Beispiel jemand wie du, Mo, nicht sagt, sorry, Alter, gar keinen Bock mehr, mich da vorne hinzustellen. Und nee, Alter, ich höre jetzt auf hiermit. Und ich finde das so, so krass, dass wir an einem Punkt sind in Deutschland, wo Menschen, die ihr Gesicht in die Kamera halten und auch nicht nur Menschen, die das irgendwie mit Journalismus im Nacken, mit irgendwie einer Redaktion im Nacken machen, sondern auch Leute, die ihre eigenen Kanäle machen, wirklich befürchten müssen, besonders wenn ihre Angriffsfläche Hand in Hand geht mit einer Diskriminierungsform, sie wissen können, dass das ein Riesenproblem sein wird und dass das aufgenommen werden kann. Und ich finde auch, der Unterschied ist sehr groß. Ich habe sowohl schon Mordwellen und Hass erlebt, die meine Personen betreffen, aufgrund von einer Erfahrung, die ich mache, aufgrund von Sexismus, der mich dann automatisch angreifen soll oder weil ich eine queere Frau bin und Menschen das von mir wissen. Aber auch, wie anders sich das anfühlt, wenn ich das zum Beispiel gemacht habe, um über Transpersonen und die Rechte, die sie haben oder nicht haben, aufzuklären. Und dass da der Hass sich dann auf einmal nochmal ganz anders anfühlt, wenn Leute so sind, ah scheiße, ich kann die jetzt aber gar nicht deswegen beleidigen, sondern muss mir was anderes suchen. Ich möchte ganz kurz noch einen Haken an das, was du gerade gesagt hast machen, weil ich glaube, das ist wichtig, weil wir sprechen aus einer sehr weißen und privilegierten Perspektive. So wie du gerade gesagt hast, naja, und wenn man als Frau öffentlich ist und wenn wir im Internet sind, dann passiert das und jenes. Und ich möchte nur einmal der Vollständigkeit halb sagen, dass das, was du erlebst oder was auch ich erlebe, etwas ist, auf unserer Seite steht. Wir haben uns das auch ein bisschen ausgesucht. Ich will kein Victim-Blaming machen, aber wir haben die Möglichkeit zu sagen, ich ziehe mich zurück. Es gibt Menschen, die einfach nur eine andere Hautfarbe haben, eine andere Sexualität haben, ein anderes Aussehen haben. Und die machen gar nichts und erleben diesen Hass, diese Hetze und diesen Mord. Und das wollte ich nur nochmal als ganz kleine Fußnote unten dran klemmen. Ich würde gerne auf die Sprache zurückkommen wollen, weil die natürlich in diesem gesamten Komplex total wichtig ist. Und auch dabei, wie man eben zum einen Gefühle sozusagen framen kann und auch wie man sie dann aber nutzen kann, auch zum Beispiel als Journalistin. Also wie setzt du das ein, Maria, oder setzt du es ein? Also versuchst du sozusagen Stimmungen aufzunehmen, sie auch sozusagen in der Sprache zu übersetzen, um Menschen abzuholen, zum Beispiel bei Social Media. Da funktionieren natürlich Gefühle, gerade große Gefühle, wunderbar. Wie gehst du an diese Sache ran? Ja, das finde ich ein total spannendes Thema, weil ich glaube, das erste Mal, dass ich eine Sendung gemacht habe, in der es ums Gendern ging, war das zu einer Zeit, wo Leute zum Beispiel noch nicht so krass davon genervt waren, inklusive mir von diesem Thema. Und ich habe gar keinen Bock mehr, darüber zu diskutieren. Wir sind jetzt in einer Situation angekommen, wo Menschen bestimmte Begriffe und Satzzeichen so sehr wütend machen, dass sie sich meine Inhalte dadurch dann nicht mehr anschauen würden. Und das ist ein bisschen kontrovers. Andere KollegInnen würden das anders entscheiden. Ich gerade an diesem Tag bin in einer Situation, dass ich sagen würde, ich würde meine Sprache anpassen dafür. Wenn ein Satzzeichen mir hilft, dass mir mehr Leute zuhören, dann mache ich das, was nicht bedeutet, dass ich das als kollektive Entscheidung so richtig finde. Was ich einen zweiten wichtigen Punkt finde, ist, leichte Sprache zu verwenden. Nicht nur für mich als Journalistin, ich wünsche mir das überall in der politischen Bildung, so zu sprechen, dass man nicht Wörter verwendet, die automatisch eine Distanz schaffen zwischen ich habe studiert und du nicht. Und deswegen benutze ich jetzt folgende Worte. Das ist zumindest ein Schlüssel, der mir total wichtig ist, junge Menschen, aber eigentlich alle möglichen Menschen zu erreichen. Also alltagsnahe Sachen zu erzählen, Sprache zu verwenden, die eben auch die Menschen abholt, die bei irgendeinem Thema neu mit am Start sind. Und da sind wir natürlich auch wieder bei einer spannenden, finde ich, Gemengelage, weil auf der einen Seite ist das natürlich ein gutes Argument zu sagen, also wenn ich jetzt ein bisschen weniger gender, aber dann hören mir mehr Leute zu, habe ich doch was gewonnen. Und dann gibt es natürlich die andere Seite, die sagt, aber eigentlich können wir doch jetzt nicht wegen denen, weil die Motzen das aufgeben. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Gratwanderung und mich würde interessieren, vielleicht auch so in der Runde, wie ihr mit solchen Themen umgeht. Also wie viel sozusagen lässt man los von dem eigenen Thema, wo man denkt, es ist wichtig und wir müssen uns sozusagen, Beispiel gendern, müssen uns da eigentlich auch als Gesellschaft vielleicht verändern. Und wie viel gebe ich sozusagen oder reiche ich die Hand, um zu sagen, aber ich nehme auch die mit, die da echt keinen Bock drauf haben? Also bei mir ist es so, ich lasse da komplett los. Also es gibt eigentlich kaum noch eigene Themen, die ich da mitbringe. Also ich versuche mich dann eher auf die Person zu fokussieren und da rauszukitzeln, was der Mensch jetzt da gerade denkt, weil ich glaube, dass die Leute einfach so dermaßen in ihren Filterblasen unterwegs sind, dass die überhaupt gar nicht mehr kritisch denken. Also ich habe da mal mit einem Ku Klux Klan-Menschen gesprochen und da habe ich gefragt, ja, warum verbrennt ihr ein Kreuz? Da sagt er für Jesus Christus. Sorry, aber da weiß ich einfach, da gibt es niemanden in seinem Umfeld, der ihm gesagt hat, ja, aber Jesus liebt doch auch die Schwarzen. Da kommt er einfach nicht drauf. Und das heißt also, wenn ich mit diesem Bewusstsein, also ich meine, das muss ich mir natürlich auch erst mal sagen, mein Gegenüber ist so in seiner Blase, in seinem Hass, in seiner I don't know, dass ich die Person erst mal an bestimmten Punkten antippen muss, dass derjenige sich mal Gedanken macht darüber, was er gerade sagt. Oft ist es so, dass die Leute ja dann nur so eine DIN A5-Seite haben und dann ist die zu Ende und dann fängt aber das Gespräch an. Und das ist ganz interessant. Aber da lasse ich komplett los. Also da weiß ich nicht, da brauche ich nicht gendern oder irgendwas, sondern ich wirklich fokussiere mich nur auf die andere Seite. Also so mache ich das, ja. Wie sehr lässt du beispielsweise los, Kalina? Also es gibt so einen Spruch, der heißt, know your battles. Also entscheide dich für deine Kriege, was ist dir wichtig? Und das mache ich schon auch sehr bewusst, weil wenn ich mich den ganzen Tag aufregen würde über Dinge, die nicht gehen, dann käme ich zu sonst nicht mehr viel. Auf der anderen Seite, keine Ahnung, wenn es ums Gendern geht, zum Beispiel um Feminismus oder andersrum, um Sexismus, das, was einem alte weißen Männer erfolgreichen Frauen so den ganzen Tag entgegenbringen. Und dann heißt es oft, ja, aber manchmal muss man denen das ja nochmal erklären und so weiter. Nee, wir haben gar keine Ahnung, 2000 Jahre Patriarchat, ich habe da keine Zeit für. So, wenn ich da mit jemandem abhänge, okay, danke, ciao. Aber ich habe da keine Zeit für, jeden dann nochmal extra abzuholen. Okay, spannend. Wie ist es bei dir, Maria? Ich finde, da gibt es auch keine klare Linie. Manchmal bin ich resigniert und müde und bin so, sorry, habe ich jetzt keinen Bock, nochmal extra Runde zu erklären. Klar, genau. Ich glaube, das kennen wir alle. Manchmal ist das auch so. Also man hat ja jeden Tag irgendwie eine andere Tagesform. Richtig. Ich finde das auch total normal und total okay, auch, dass jeder Mensch da auch eine verschiedene Linie hat. Denn ganz klar muss man sagen, es gibt Menschen, die sind von der Demokratie sowas von weit entfernt. Da würde ich auf jeden Fall meine Battles choosen und in manchen Momenten auswählen, da dann nicht zu kämpfen. Und in anderen Momenten möchte ich schon meine Sprache anpassen, um sowohl aus so akademischen Kreisen rauszukommen und bestimmte Wörter nicht zu verwenden, wo Leute dann glauben, sie wüssten, was für ein Katalog an Werten damit einherkämen, obwohl sie mich gar nicht gefragt haben. Das fängt schon manchmal an, wenn ich schon allein sage, ich bin eine queere Frau, was soll ich machen? Aber das ist halt schon mal ein Wort, was Leute dann schon so anpikst. Der ganze Koffer an Buchstaben und Sachen und du willst mir deinen Regenbogen aufdingsen. Und ich so, nee, ich wollte gar nichts. Ich musste das nur erklären für den Kontext, aber ich kann es auch lassen. Ja, kommt drauf an, glaube ich. Aletta? Ja, ich finde an den Beispielen wird sehr gut deutlich, wie man da nicht irgendwie das klar kategorisch beantworten kann, sondern dass das eben sehr stark auch von der Beziehung abhängt, die man zu den Personen oder dem Kontext jetzt gerade hat. Und da würde ich auch gerne hervorheben, dass manchmal hat man ja gar nicht die Wahl, wenn man sich nicht zurückziehen kann oder sich nicht von der Perspektive des anderen, also man wird eben vereinnahmt von der Perspektive des anderen und muss dann irgendwie aus Selbstschutz irgendwie sogar auch auf diese Perspektive eingehen, obwohl man eigentlich gerade die Betroffene ist oder der Betroffene von Hass oder Hetze. Und da, finde ich, ist es auch wichtig hervorzuheben, dass es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dass nicht nur die Betroffenen von dem Hass sich die Perspektive der anderen annehmen müssen, damit die sich öffnen, sondern dass wir das alle machen müssen. Guter Punkt, Aletta. Also finde ich richtig gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich finde jetzt beim Thema zum Beispiel Rassismus, Nazis, AfD und so weiter und dann, das war zum Beispiel auf der diesjährigen Republika immer auch wieder so ein Take, achtet immer auf euch selber, wie weit könnt ihr gehen, wie viel schafft ihr? Und ich saß da ganz offen und dachte mir, nee, das können wir doch nicht machen. Nur weil ihr weiß und privilegiert seid und sagt, ach, das ist mir jetzt ein bisschen viel heute. So, das geht nicht, sondern es ist ja genau an Leuten wie uns, sich einzusetzen für die Menschen, die es jeden Tag erleben und nicht mal was dafür können. Da würde ich meine Aussage kurz, also dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil und sage, das ist ein Battle, den wir machen müssen. Ja, auch wenn es einem mal nicht gut tut. Besonders, weil ja auch der Fakt ist, dass dann oft in vielen Fällen der Dialog auf einmal sogar besser funktioniert, weil Leute sich mit dem, was sie kennen und angeblich gemein haben, leichter auch hinbewegen können. Eine angebliche Nähe von Weißsein zum Beispiel bedeutet, dass Leute es leider leichter haben, bestimmte Takes anzunehmen oder bestimmten Dialog zu führen, was traurig ist, aber die Wahrheit. Ich glaube, das ist ganz wichtig, also mit welcher Form man quasi unterwegs ist. Also wenn man das jetzt als Battle, als Kampf bezeichnet, ist das ja auch ein Kampf, den man mit sich selber hat. Und um wirklich nachhaltig auf den 3000 Meter Lauf durchzuhalten, ist es, glaube ich, besser, wenn man von diesem Battle, von diesem Kampf wegkommt und eher etwas, wo man sich selber auch gut tut. Also das ist jedenfalls so mein Gefühl. Ich kann nicht wirklich Demokratie lange durchhalten, wenn ich die ganze Zeit nur am Kämpfen bin. Ich sehe das bei manchen ganz stark extrem gewaltbereiten Linksradikalen. Die sind ja überhaupt nicht mehr in ihrer Mitte. Die sind ja nur noch am Kämpfen und hart und sind aber letztendlich auch hart gegen sich selber. Da können sie vielleicht eine kurze Strecke laufen, aber auf Dauer gehst du daran kaputt. Und wir alle als Gesellschaft, jeder Einzelne für sich, will ja on the long run auch durchhalten, die Demokratie zu verteidigen. Und ich glaube, das ist besser, wenn es was Sanftmütiges ist, etwas, was mit Dialog zu tun hat, wo am Ende wirklich was Positives steht und nicht nur kämpfen und wütend sein, weil da machst du dich selber auch mit kaputt. Das führt uns auch zu der These, die du mitgebracht hast. Wir müssen lernen, dass die Kraft der Versöhnlichkeit in unseren Händen liegt. Das hat, glaube ich, schon, was du erzählt hast, gerade sehr darauf eingezahlt, aber vielleicht magst du es noch ein bisschen genauer erläutern. Also wie schaffst vielleicht auch du ganz persönlich, dass diese Art von Versöhnlichkeit, von Weichheit, von Dialog, gerade auch wenn es eben schwierig ist, gerade wenn man auch betroffen ist, trotzdem hochzuhalten? Wie geht das? Das geht am besten über Ausprobieren. Man kann es im Alltag überall ausprobieren, weil es fallen ja doch immer mal harte Worte und was weiß ich, irgendjemand wirft das N-Wort durch die Gegend und dann kann ich einfach mal versuchen, wie gehe ich jetzt damit um? Vielleicht ist meine beste Freundin, hat vielleicht eine dunkle Hautfarbe und ich kann jetzt auch als Ally da tatsächlich mich einbringen. Wenn ich jetzt mit Wut reingehe, merke ich, dass es mir abends nicht gut geht, weil ich merke, okay, ich bin da mit Wut rein, es hat mich total aufgerieben. Am Ende sind alle im Streit auseinandergegangen und am Ende habe ich abends gar nichts erreicht. Gut, dann mache ich einfach einen Fehler nach dem anderen und das ist gut. Das muss man sich trauen. Einfach Fehler machen, ausprobieren, scheitern und dann einfach wirklich zu gucken, schaffe ich auch mal eine andere Herangehensweise, schaffe ich das mal selber dem anderen das vorzuleben, was ich mir eigentlich wünsche an Werten. Denn der Wert ist ja vielleicht eine gewisse Gelassenheit, eine Offenheit, Gerechtigkeit. Diesen Wert muss ich, glaube ich, diesen Menschen vorleben, weil ich kann nicht erwarten von denen, also ich wünschte, ich könnte das, aber ich glaube, ich kann es nicht erwarten von ihnen, dass sie diesen Wert leben. Und deshalb muss, also habe ich mir mal gesagt, muss ich mich selber dahin bringen, dass ich auch in diesen Extremsituationen meinen Wert leben kann und zeigen kann. Und das ist das Schwierige. Deshalb ist also mein, in Anführungszeichen, Kampf gegen Rassismus eher etwas, mich selber als Person zu stärken. Die Dialogfähigkeit zu stärken, die Menschlichkeit zu stärken. Und das ist eher so der Weg, wo man am Ende, ja, wo es einem am Ende ganz gut damit geht. Wir können ja vielleicht mal schauen, wie das so in der Praxis dann aussieht, wie du in so einen Dialog dann reingehst. Oh ja, jetzt kommt dieses Gespräch. Das war nicht das Beste, aber wir können es ja trotzdem mal anschauen. Genau, wir haben einen kleinen Film vorbereitet, die Aria. Was würden Sie denn machen mit den ganzen Menschen, die eben so sind wie ich, die eine andere Hautfarbe haben? Also die Prognose ist so, dass wenn ein Staat sich wieder nationalisiert, das sehen Sie bei anderen Nationalstaaten auch, dass Leute wie Sie dann wahrscheinlich eher dazu tendieren, in Vielvölkerstaaten oder in multikulturelle Schmerztriege wie die USA auszuwandern. Wie wollen Sie die zurückführen, bitte? Die kriegen einen Ausweisungsbescheid und werden dann ausgewiesen aus Deutschland. Das wird aber jetzt auch schon so praktiziert. Und was passiert denn dann mit den Wohnungen? Was passiert mit den Häusern? Mit welchen Wohnungen? Meinst du zum Beispiel, was passiert mit meiner Wohnung? Was passiert mit meinen Klamotten, mit meinen Möbeln, wenn ich ausgewiesen werde? Die können Sie doch behalten. Das nehme ich alles mit? Die mobilen Güter können Sie doch behalten. Und der Rest wird Ihnen ausgezahlt, der Wert, den das Ganze hat, dann ist gut. Aber schreiben Sie nicht immer überall guten Heimflug? Wie soll ich denn den ganzen Plunder da ins Flugzeug kriegen? Das ist eine Scherzfrage, denke ich, oder? Nee, wenn ich das behalten darf, muss ich es ja irgendwie mitnehmen. Das Problem werden Sie dann sicher privat lösen. Also mit solchen Problemen möchte ich mich jetzt umgegangen beschäftigen, wie Sie auf Ihrem Heimflug Ihre Sachen mitgeschleppt bekommen. Haben Sie denn da überhaupt irgendwie eine Struktur? So nun die Hälfte dabei. Das würden Sie machen, ja. Das würde ich machen. Also da bin ich Gentleman. Wie ist das Gespräch ausgegangen? Da bin ich Gentleman. Also das war natürlich, also nee, eigentlich darf ich jetzt nicht wirklich darüber lachen, weil das war in Potsdam. Und wir haben jetzt über Potsdam gehört, Remigrationsfantasien einer bestimmten Clique, die sich dort getroffen haben, auch unter anderem die AfD. Also das ist einfach wirklich sehr, sehr gruselig, was da abgeht. Das gibt es ja in der Realität. Also das ist ja nicht nur in Form dieses kleinen Gesprächs, sondern da sind ja im Hintergrund tatsächlich Leute am Werk, die sich überlegen, ja, wie kriege ich jetzt die Menschen hier weg, die Migrationsgeschichte haben. Und wenn man sich dann überlegt, was bedeutet das eigentlich? Das ist jetzt auch nicht nur so ein Satz, sondern ich stelle mir da eher Personen vor, die zu Hause sitzen an ihrem Küchentisch, die vielleicht Deutsch-Türken sind und sie sich überlegen, muss ich jetzt schon mal die Koffer packen? Kinder, die in der Schule sind und über diese Themen sprechen. Kinder, wo sie plötzlich eben einfach das Gefühl haben, bin ich hier noch willkommen? Und da sind ja Leben dahinter und das finde ich eben auch wichtig. Ich habe das ein bisschen versucht in diesem Gespräch rauszukitzeln, ja, was ist denn dann jetzt hier mit meinen Koffern, wo soll ich denn da hin? Um da mal ein Bild reinzubringen, dass man sich eben mal was vorstellt. Das ist nämlich eben nicht nur so eine Floskel, Remigration, sondern dahinter stecken einfach, ja, reale Menschen mit Gefühlen, mit Visionen, wo sie vielleicht hinwollen, mit Träumen und all dem. Ja, und meine Art und Weise mit den Menschen eben zu sprechen ist, die eben dahin zu bringen, dass sie in diese Bilder auch eintauchen. Also bei Remigration, da könnte man ja auch mal fragen, ja, um wie viel Uhr wirst du denn abgeholt? Oder werde ich abgeholt? Ist es jetzt um fünf oder um sechs? Und was ist denn jetzt eigentlich mit der Mutter, die vielleicht ein Baby zu Hause hat? Kann die Mutter dem Baby noch die Windel wechseln? Da sind wir auf einer ganz anderen Ebene und da kommen wir wieder auch zurück zur Emotion. Da entsteht dann auch eine Emotion bei demjenigen, der vielleicht diese Floskel mal kurz in den Raum geworfen hat. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir sie da auch hinbringen, in die Realität einzutauchen, über eben wirklich Bilder, die wir aufmachen. Aber leider gelingt das ja nicht immer, wenn man halt mal einen schlechten Tag hat. Das geht mir ja auch so. Dann sagt man eigentlich eher nur Stopp, hör auf damit. Und bei den Bildern würde ich gerne noch mal anknüpfen, bevor wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer darüber sprechen, über diesen Film oder diesen Ausschnitt, denn den zeigst du ja auch an Schulen. Und das sind die Geschichten. Und da würde ich gerne zu euch beiden noch mal zurückkommen. Inwiefern spielen denn Geschichten eine Rolle, wenn es darum geht, eben Politik zu vermitteln und ein möglichst positives, menschenfreundliches Bild, eben auch ein demokratiefreundliches Bild, wenn wir eben Menschen auch erreichen wollen? Ich fange vielleicht einfach mal bei dir an, Maria. Also als Journalistin ist das Teil von meiner Arbeit. Ich möchte Geschichten von Menschen erzählen und wie ich eben schon gesagt habe, mir liegt das auch am Herzen, das Alltagsnah zu erzählen. Das geht durch Individualität total gut. Und die Gefahr dahinter ist aber immer, da komme ich immer so ein bisschen an mein Problem. Ich will nicht Sachen auf Meta und auf, dass das für die Hälfte schon mal zu elitär klingt, dies, das. Aber ich möchte auch zeigen, dahinter steckt ein System. Und das ist oft so das Problem, das ich habe, wenn ich selbstkritisch meine Arbeit der letzten Jahre beobachte, aber auch generell Journalismus, auch Ich-Journalismus zu betrachten, wenn wir immer wieder, ich auch, mich vor die Kamera stelle und von meiner Idee und von meiner Person anfange und dann da weitergehe. Das ist, glaube ich, was parallel passiert und wozu es keine leichte Antwort gibt. Was ich aber sagen möchte, ist, ich finde es ganz wichtig, mit Themen Emotionen anzusprechen. Das geht durch individuelle Erfahrungen. Das geht genauso, wie du gesagt hast, durch das Kleine, durch das ganz alltagsnahe, das anzusprechen. Manchmal geht es darum, ein Bild zu erzählen und manchmal geht es darum, den Überbau zu erklären und auch zu sagen, was dahinter steckt. Und das habe ich versucht immer wieder und das ist auch, glaube ich, das, was mich an meiner Arbeit am meisten begeistert, von dem leicht verständlichen Kleinen dann eigentlich in das Große zu gehen. Und die große Wahrheit ist dann eben zum Beispiel in so einer Lage wie jetzt, wo viele Leute wütend sind über die Ergebnisse der Europawahl, dass das Problem des Rechtsrucks über hier in dem Fall die NPD, heute nennen sie sich die Heimat, und auch über AfD-Funktionäre hinausgeht. Und das müssen wir ernst nehmen als Gesellschaft. Und das geht, glaube ich, nur, wenn wir das Kleine ernst nehmen, aber auch zeigen, dass es keine Einzelfälle sind. Ich habe da noch eine Nachfrage, weil du auch gesagt hast, also ich fange auch bei mir an, ich erzähle auch von mir. Ja, und das ist ja auch so ein Phänomen, natürlich gerade auf Social Media, dass vieles über die persönliche Ebene funktioniert. Und wir haben da aber gleichzeitig auch so eine Vermischung oder eine stärkere Vermischung von, ich sage mal, Publikation und Kommunikation, sodass also eigentlich das, was wir präsentiert bekommen, auch im Journalismus, zumindest gefühlt für sehr viele Menschen, auf jeden Fall meinungslastiger geworden ist. Bringt das auch Gefahren mit sich oder siehst du vor allen Dingen Chancen da drin? Ja, beides natürlich. Auf jeden Fall gibt es da die Gefahr. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo viel mehr Menschen politisiert sind, die das vielleicht selber gar nicht so nennen würden. Die meisten Menschen konsumieren Nachrichten ausschließlich auf TikTok. Eine Höchstzahl, und zwar nicht nur jede zweite Person, sondern mehr als jede zweite Person. Schaut sich nicht die Tagesschau an und guckt nicht in die Zeitung, sondern guckt nur auf TikTok. Und die Wahrheit ist, dass natürlich, das wissen wir, glaube ich, jetzt schon ein paar Jahre länger, zum Beispiel die AfD sehr, sehr gut darin ist, TikTok-Kanäle zu benutzen und ihre Propaganda und ihre Thesen und Hot Takes da eben rauszuballern. Genauso ist das mit MeinungsbloggerInnen genauso. Die haben keine Ausbildung teilweise, die haben wenig, aber die haben Skills, mit ihrem iPhone umzugehen. Und ich respektiere an sich diese Arbeit total sehr, sein Gesicht vor die Kamera zu halten. Ich sehe da eher auch wieder den großen Überbau, nämlich eine Plattform, die eine Verantwortung hat. Und ich finde und weiß, dass diese Plattformen ihre Verantwortung nicht ernst nehmen. Und das ist nicht nur bei TikTok so. Man kann nicht nur sagen, boah, ja, da drüben in China, sondern das ist bei Meta genauso. Und ich glaube auch daran, dass die deutsche Bundesregierung da auch noch nicht so die Hammerlösungen für hat. Also ja, es ist auf jeden Fall eine Gefahr. Und trotzdem hat die Social Media diese Macht, Bubbles zu vereinen. Und das hat nicht nur eine Gefahr. Und es ist oft so eine Boomer-Thematik, so einfach nur zu sagen, boah, ja, TikTok, ganz gefährlich heutzutage, weil da gibt es ganz viel Meinung. Bedeutet aber auch, dass Jugendliche sich endlich mal gesehen und ernst genommen fühlen mit ihren Themen, was total viel Relevanz hat. Weil wenn sie in die Politik schauen, wer hat in der Schule was zu sagen, sind das eindeutig nicht Menschen, die so aussehen wie sie. Und das ist total toll, dass es Communities gibt, wo man sieht, ah ja, da kann ich von einer Person, die mein Vorbild ist, was lernen. Und das bedeutet auch natürlich teilweise ihre Meinung vielleicht zu übernehmen. Geschichten und Geschichten aus Social Media, Carlina, aus sozusagen der politischen Sphäre gedacht. Welche Rolle spielen die da für dich? Also, ich weiß nicht so genau, wo ich ansetzen soll, weil das Thema so multikomplex ist. Das Problem von Social Media ist, dass es Emotionsmaschinen sind. Es geht nicht um News, es geht nicht um Informationen, sondern es geht um Emotionen. Es gibt eine Studie, die ist schon ein paar Jahre alt, die hat aber untersucht, wie sind die Reaktionen bei Social Media auf verschiedene Emotionen. Also man kann sagen, Freude wird geliked. Man kann sagen, Angst wird geteilt. Wut wird kommentiert. Wir wissen, dass Wut die Emotion ist, die auf den sozialen Netzwerken am allerbesten funktioniert. Warum ist das so? Wut wird kommentiert. Meaningful Interaction wird das auch bei Facebook genannt. Dieses Meaningful Interaction ist ein hoher Wert, um die Relevanz, die Reichweite eines Beitrags zu messen. Das war alles erstmal nicht gut. Das heißt, wenn man sich, egal ob als Journalistin oder Politikerin, ob als CEO, als Unternehmen, Organisation, Verband, egal was. Wenn man sich entscheidet, wir gehen zu Facebook oder wir gehen zu TikTok, dann muss einem klar sein, man wird Teil eines gewinnorientierten Unternehmens. TikTok, Facebook, die wollen ihren Gewinn maximieren. Wie machen sie das? Indem sie die Leute möglichst lange dran behalten. Wie bleiben Leute möglichst lange dran? Indem man diese Hass, Wut, Emotionsmaschinen weiter triggert. Darauf lässt man sich in diesem Moment ein. Man spielt das Spiel mit. Das heißt, man muss seine Inhalte so produzieren, dass sie zu dem passen, was die Plattform gerade gerne möchte. Das heißt, man ist schon wahnsinnig unfrei darin zu überlegen, wie wollen wir unsere Geschichten erzählen. Beziehungsweise man hat natürlich die Freiheit, es so zu machen, wie man es für richtig hält. Dann sieht es halt niemand. Das heißt, ich finde, man kann nicht ohne Emotionen arbeiten. Das ist ja so ein Olaf-Scholz-Problem. Wie kriegt man Olaf Scholz zu TikTok? Wie kriegt man einen Bundeskanzler, der nicht bekannt ist für seinen emotionalen Esprit, dazu auf so einer Plattform zu funktionieren? Und das betrifft natürlich alle Parteien, die dort unterwegs sind. Wie erzählen wir Geschichten emotional und vor allem das, was du sagst, wie gehen wir damit um, dass Wut und Hass und Hetze am besten funktioniert? Das ist ja nichts, was ich jetzt irgendeiner demokratischen Partei raten würde, nachzumachen. Gleichzeitig, finde ich, merkt man an sehr vielen Stellen, dass sich demokratische Parteien nicht viel Gedanken darüber gemacht haben, wie man die Themen gut erzählt, wie man sie emotional erzählt, weil sie es nie machen mussten. Weil es war immer eine Kommunikation, die vor allem über die klassischen Medien lief. Wenn man was zu sagen hatte, dann hat man dem Spiegel ein Interview gegeben. Und jetzt kommt eine Partei wie die AfD, die von Anfang an, also schon damals, vor zehn Jahren bei Facebook waren sie halt die Ersten, haben sich da ihre Reichweite aufgebaut, weil die Medien nicht mit ihnen gesprochen haben. Deswegen ist die AfD extrem gut darin, Geschichten zu erzählen und die Geschichten so zu erzählen, dass sie funktionieren auf den Plattformen. Und ich habe auch von dir eine These mitgebracht. Politik versteht sich zu sehr als Senderin von Botschaften und nimmt zu wenig die emotionale Lage der Menschen in den Blick. Das heißt also, sie sind immer noch eigentlich verhaftet sozusagen in dem damals. Wir blasen sozusagen einfach raus über die großen klassischen Medien, haben aber nicht verstanden, wo wir unsere Wählerinnen und Wähler abholen müssen und das eben auch über welche Plattformen wir sie abholen müssen. Könnte man das so übersetzen? Ja, total. Also diese Idee, die Parteien, aber auch eben Mitglieder von Landtagen, Bundestag haben, ist, wir haben Botschaften und die senden wir und dann kommen die an. Und das hat ja sogar auf den Plattformen lange ganz gut funktioniert. Also ich bin Social Media Redakteurin gewesen vor circa 150 Jahren, also als es gerade erst Facebook ging. Und da waren die Leute einfach dankbar, wenn irgendwer da war, wo sie waren. Man konnte machen, was man wollte. Man konnte ein Bild vom Sonnenaufgang posten und sagen, guten Morgen aus der Redaktion, guten Morgen aus der Parteizentrale. Und die Leute haben sich gefreut. Und dieses Prinzip von super, wir senden was und die Leute sind froh, dass wir überhaupt da sind und was machen, das ist, weiß ich nicht, seit ungefähr sechs, sieben, acht Jahren vorbei. Und das hat sich aber auch noch nicht irgendwo rumgesprochen. Und der Witz daran ist, und das regt mich wirklich auf, Entschuldigung, ich reg mich wirklich auf, aber das Verrückte daran ist ja, Politik macht seit, seit es Politik gibt, besteht Politik darin, rauszugehen und mit den Menschen zu reden. Auf den Marktplätzen dieses Landes, an den Wahlkampfständen dieses Landes, den Dialog zu suchen, Menschen zu überzeugen, das Vertrauen von Menschen zu gewinnen. Niemand kommt einfach um die Ecke und sagt, hallo, ich möchte der neue Bundeskanzler werden, danke, ciao und geht wieder. Sondern diese Wahlkampftouren sind eines der wichtigsten Elemente im Wahlkampf. So, das Prinzip Dialog, Austausch, Augenhöhe ist verstanden in der Politik. Es hat sich halt nur noch nicht rumgesprochen, dass man das auch im Internet machen muss. Im Internet denkt man immer noch, prima, dann machen wir eine schöne Zitatkachel, blocken die Nazis in den Kommentaren weg und dann war es ein guter Tag. Das führt uns zum Thema Community Management. Wie wichtig ist denn in diesem Zusammenhang eben Community Management? Wie gesagt, man muss sich das Internet ja nur mal als Marktplatz vorstellen. Also diese Idee, wir ballern ganz viele Zitatkacheln und Videos raus und dann haben wir unser Werk vollrichtet. Das ist absurd. Auch im Internet muss man natürlich mit den Leuten reden, ins Gespräch kommen, mal irgendwas machen. Wenn ich dann nochmal einen Schwank aus meinem Leben im Wahlkampf erzählen kann. Olaf Scholz konnte dann plötzlich keine Wahlkampftermine mehr machen. Der konnte nicht in die Turnhallen gehen und auf die Marktplätze und so weiter, weil Lockdown. So, große Krise im Willy-Brandt-Haus, weil was machen wir jetzt? Dann wurden Bürgergespräche digital gesendet und so weiter, hat alles überhaupt nicht funktioniert. Erzähl es nicht weiter. Und dann habe ich gedacht, okay, können wir es vielleicht einfach andersrum machen? Hab nochmal in der Strategieabteilung gefragt, so, was sind unsere wichtigsten Zielgruppen? Ganz oben stand Menschen in der Pflege. Also habe ich bei Facebook geguckt, gibt es eine Gruppe dazu vielleicht? Gibt es? Wir sind die Pflege, 75.000 Mitglieder. Und dann habe ich den AdministratorInnen geschrieben, hey na, hättet ihr Lust auf ein Live-Q&A, auf ein Live-Gespräch mit unserem Kanzlerkandidaten. Das ist auch nur für euch, das ist nicht öffentlich. Wir machen da auch keine Zitatkachel draus, sondern es geht wirklich darum, dass der mit euch reden will. Und die haben gesagt, super Idee, machen wir. Wir würden das übrigens gerne selber moderieren. Das war der Moment, wo ich so mit so ein bisschen gesenktem Haupt ins Büro Scholz geschlichen wegen gesagt habe, okay, gute Nachrichten, schlechte Nachrichten. Gute Nachricht, 75.000 Menschen potenziell, die genau unsere Zielgruppe sind, die keine Genossinnen sind. Schlechte Nachricht, kompletter Kontrollverlust. Ich kann da nichts mehr machen, aber Olaf Scholz fand es eine super Idee. Er hat es gemacht, er hat es fantastisch gemacht, was man manchmal ja nicht so richtig glauben mag, aber mit echten Leuten, in echten Gesprächen ist der wirklich... Maria, das führt mich auch nochmal wieder zurück zu dir. Community Management ist natürlich auch ein wichtiger Punkt deiner Arbeit als Journalistin, vor allen Dingen eben online. Und auch von dir habe ich eine These mitgebracht, Emotionen auf Social Media müssen moderiert werden. Was genau verstehst du da drunter? Das bedeutet für mich, dass ich es inakzeptabel finde, überhaupt ein Format, das irgendwo im Development bedeutet, dann meistens viel länger als erhofft, sitzen eben FormatentwicklerInnen, in meinem Fall jetzt eben bei den Öffentlich-Rechtlichen in einem Raum und machen viele Runden, wie könnte denn unser Format spannend sein, wie können wir uns durchsetzen gegenüber den vielen anderen. Formaten, die es auf YouTube, TikTok, Instagram und Co. gibt. Und es ist inakzeptabel, dabei Community Management nicht mitzudenken. Was ich damit meine ist, Formate, die heutzutage online gestellt werden, und das ist natürlich genauso bei politischer Kommunikation der Fall, hören nicht auf beim Wir-Ballerns-Raus. Genau wie du gerade so toll gesagt hast, man postet nicht mehr einfach nur eine Zitat-Kachel und dann ist einem egal, was danach passiert. Es läuft einfach heutzutage nicht mehr so, sondern der richtige Weg ist, genau mitzunehmen, was passiert dann, wenn Leute in den Kommentaren alles vollballern. Und in dem Fall, dass Sachen viral gehen, gerade weil es die Mechanismen von eben zum Beispiel TikTok die Wut eben ganz toll findet und sobald Kommentarspalten als Diskussionsfläche genutzt werden, geht es so richtig ab. Und das wollen wir eigentlich. Wir möchten, ich möchte als Person, die Formate entwickelt und als Journalistin Sachen ins Netz ballert, will nicht, dass es beim Posten dann aufhört, sondern dass es weitergeht. Und das braucht dann Ressourcen, um Kommentare zu moderieren. Und das heißt, Community-Management bedeutet, Kommentare löschen, die gegen Plattform-Logiken oder eben durch die Netiquette der Öffentlich-Rechtlichen dagegen verstoßen, zum Beispiel diskriminierend sind. Aber eben auch auf Kommentare zu antworten, die ihren Unmut gegenüber irgendeinem Thema deutlich machen, mit einer Frage eben auch zurückzureagieren und genau zu verstehen, was meinst du eigentlich? Weil wir wissen, unsere Diskussions- und Debattenkultur online ist nicht nur seit Twitter oder wegen Twitter auf sehr wenige Zeichen reduziert worden. Und da braucht es schon mal ein paar und mehr Runden, um zu verstehen, was wollt ihr eigentlich? Und das bringt mich nochmal zurück zu dir, Mo. Und zwar interessiert mich, glaubst du, man kann, also bei allem, was hier natürlich absolut richtig ist, was gesagt wurde, dass es eine Moderation braucht, dass es einen Dialog auch online braucht. Gibt es Themen oder gibt es vielleicht auch Menschen, wo das eben nicht mehr funktioniert, wo man sagen muss, es geht nur analog. Ich muss mit denen ganz persönlich sprechen. Ich kann jetzt nicht mit dem Hass-Kommentator online die 35. Kommentarrunde drehen, sondern den muss ich eigentlich treffen. Wie ist deine Haltung dazu? Also man kann ganz gut im Netz anfangen und dann könnte der nächste Schritt ja sein, also hast du nicht Lust, mal irgendwo hinzukommen? Wir treffen uns auf einen Kaffee. Also das kann man natürlich immer machen. Ich weiß nicht, gibt es Menschen, also ich glaube, dass es immer besser funktioniert, wenn man einfach one-on-one sich gegenübersteht und sich einfach in die Augen schaut, jemanden einfach wahrnimmt, wirklich spürt. Und die Online-Geschichte finde ich aber auch wichtig, aber ich finde sie nicht wichtig, um sie nur wegzuklicken, sondern ich finde es wichtig, weil es einfach ein Riesenportal ist, um damit ganz Deutschland in die Diskussion zu gehen. Also ich poste ja auf Instagram manchmal so Ausschnitte aus meinen Filmen und da geht es da richtig ab. Da sind dann so Hunderttausende, die das anklicken und Zehntausende, die da schreiben. Und die schreiben sich aber auch so untereinander. Und dann wäre natürlich echt schön, wenn man als nächsten Schritt dann eben sagt, das finde ich ganz toll, dass du es eben gesagt hast, Maria, dass man das dann nutzt, tatsächlich in den nächsten Raum zu gehen. Da bin ich überhaupt noch nicht drauf gekommen. Das finde ich so super, das müssen wir unbedingt zusammen machen. Der spannende Moment ist nämlich, dass das, was du machst mit deiner Arbeit, dass du sagst, ich picke mir jetzt die eine individuelle Ebene ein von dem MPD-Typen, geh da hin und rede mit dem. Du postest das ja, das heißt automatisch erreicht das viel mehr Menschen als nur diese eine Person, die du da getroffen hast. Das Gleiche kann man mit Community Management auch machen. Da geht es dann nicht mehr nur um die eine Person, die kommentiert hat, sondern um all die, die mitlesen und niemals weder Hass noch Liebe noch ein Like dahin ballern werden, aber mitlesen. Und die kann man dadurch halt auch mit erreichen. Bei TikTok haben das mittlerweile Brands zum Beispiel total gut verstanden. Im Marketing wird das die ganze Zeit so gemacht, dass Marken viel mehr kommentieren als selber posten, weil das eine Reichweite, eine Sichtbarkeit gibt. Aber daraus dann eben zu sagen, okay, wir haben jetzt hier 5000 Leute, die unter diesem Video die ganze Zeit in Kommunikation sind und dann eben zu sagen, okay, wir schicken jetzt einfach mal ein Datum mit einer Uhrzeit und einem Ort. Habt ihr Lust, da hinzukommen? Weißt du, wer das gemacht hat? Das machen wir. Renate Künast hat so viele Hassnachrichten bekommen, die kann ich überhaupt nicht zitieren, aber wo es darum ging, verrecke du Grüne und dies, das und man sollte dich mal und so weiter. Und dann ist Renate Künast zusammen mit ein paar Spielreportern losgezogen und hat bei den Leuten an der Haustür geklingelt. Und hat gesagt, hallo, Entschuldigung, sie haben ja im Internet geschrieben, ich soll mal hier das und das oder müsste mal dort und dort hängen und so weiter. Und was ist da passiert? Leute haben zum Teil gesagt, oh, da hatte ich, das ist mir unangenehm, da hatte ich einen schlechten Tag. Das tut mir aber leid. So kommentieren im Internet ist manchmal wie beim Autofahren jemanden anpöbeln. Das würde man dann, wenn man aussteigt, vielleicht so auch nicht mehr sagen. Mo, ich würde gerne nochmal auf diesen Ausschnitt zurückkommen, wenn wir nämlich gerade beim Thema Dialog sind. Und das ist ja eigentlich aus einer Dokumentation, die heißt die Aria. Und das ist eben auch ein Film, mit dem du an Schulen gehst, wo du dann eben versuchst, mit den Schülerinnen und Schülern in den Dialog zu kommen über dieses Thema. Was erlebst du, wenn du mit so einem Film an eine Schule kommst? Die Kids sind erst mal mucksmäuschenstill. Und da sagen wirklich die LehrerInnen, sagen dann, also wie hast du das hingekriegt, dass die einfach so dermaßen zuhören. Das ist die Kurzvariante, die ist 45 Minuten. Und dann sitzen die wirklich da und kannst du sie beobachten, dass ihnen die Kindlade runterfällt. Und im besten Fall vielleicht gucken sie nochmal rüber zu ihrer Sitznachbarin und sind fassungslos. Da passiert ja etwas, was jetzt lösungsorientiert ist. Die spricht ja mit denen. Wie macht die das? Hat die keine Angst? Und es ist total schön zu sehen, dass die Kids sich wirklich Gedanken machen darüber, wie man dann vielleicht in den Dialog gehen könnte. Also dass es eben mehr gibt, als nur Nazis rauszubrüllen. Was ja im Prinzip auch jetzt, wie wir auch gesehen haben, an den Wahlen gar nicht funktioniert. Naja, wer weiß, was passiert wäre, wenn wir nicht Nazis rausgebrüllt hätten. Ja, ich weiß nicht. Genau, man weiß es nicht. Ich möchte nur einfach diese Aussage, das hat nichts gebracht, würde ich gerne einmal ein Fragezeichen dranhängen. Weil das würde heißen, man hätte auch zu Hause bleiben können, die Demonstrationen, die Brandmauer, das Wütendsein, das hat nichts gebracht und das weiß man nicht. Muss ich nochmal drüber nachdenken, aber wir haben ja nachher noch ein bisschen Zeit zu sprechen. Also wenn man mit so einem Film unterwegs ist, und das bin ich ja schon echt eine ganze Weile, da ist man wirklich wie ein Rockstar, da geht man da wieder raus. Das ist wirklich total toll. Autogrammkarten ausfüllen. Und Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, da bin ich auch Botschafterin. Und da mache ich da natürlich sehr viel Werbung dafür. Da mache ich Werbung für die HFF, also die Filmuni, wo ich auch unterrichte, und versuche einfach, dass sie halt da in Aktion gehen. Aber die freuen sich wirklich, dass da mal was Positives kommt. Und die Schülerinnen und Schülern, die dann zum Beispiel, haben wir ja gesehen, viele junge Menschen haben AfD gewählt, die dann vielleicht eine ganz andere Haltung haben, die dann also so da sitzen und sagen, so was ist das? Also ja, es gibt natürlich auch welche, die dort sitzen, aber meistens zeigen sie sich nicht. Also wenn, dann kriege ich dann eher mal die Information von einer Lehrerin oder von einem Lehrer, du übrigens die erste Reihe da vorne, das sind alles die Jungs, die hier rechts wählen. Und da setze ich mich halt daneben. Da setze ich mich daneben, na Keule, wie geht's? Also naja, so mache ich natürlich nicht, aber ich setze mich daneben und ich bin das Hassbild eigentlich, wo über die Person, also über mich kann man von außen ganz viel reden und man kann mich dann auch natürlich in Grund und Boden reden, wenn ich nicht dabei bin. Aber wenn ich dabei bin und die Person anlächle, dann funktioniert das gar nicht mehr. Und dann sehen Sie auch da wieder, in der Realität ist es eben nicht so schwarz-weiß. Alle Menschen mit Migrationsgeschichte sind so und so. Dann sehen Sie einfach einen Menschen, der auch eine Offenheit mitbringt, und Fragen mitbringt, eine Neugierde mitbringt auf sie. Und ja, das bringt ganz, ganz viel. Und dann nehme ich denen auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Das war aber jetzt vor den Wahlen ziemlich krass. Also Lehrerinnen und Lehrer haben zu mir gesagt, also ich habe echt Angst, die Hälfte meiner Schülerinnen und Schüler, die wählen rechts. also extrem rechts. Das haben ganz viele gesagt und das hat sich jetzt auch beweitet und ich finde das also wirklich extrem. Aber mit dem Film kommt was Versöhnliches rein, dass man eben sagt, ja, lasst uns mal versuchen, miteinander zu sprechen. Aber es ist ganz toll und ich habe jetzt natürlich noch eins draufgelegt. Also mit dem Film unterwegs zu sein, ist eine Sache, aber wir brauchen natürlich mehr Menschen, die eben zeigen, schau mal, da kann einer ganz extrem rechts sein und eine andere Person ist vielleicht Demokratin, hat eine andere Hautfarbe oder wie auch immer und die reden miteinander. Schaut mal, das geht. Wir haben jetzt ein Bild dafür. Dieses Bild existiert vielleicht in eurem Kopf nicht, aber jetzt haben wir das Bild. Da ist die Mo, da ist der Nase, die reden miteinander. Das haben wir ja jetzt. Und wenn ich das natürlich nur ganz alleine mache, also es gibt natürlich schon ein paar andere Leute, die diesen Dialogansatz haben, aber bin schon mehr oder weniger ein bisschen allein auf weiter Flur. Deshalb habe ich ja diesen Verein gegründet. Darf ich das kurz sagen? Ja, MoLab, so heißt er. Und da haben wir mittlerweile auch DialogtrainerInnen ausgebildet und die machen dann einen Workshop, wo man DialogbotschafterIn wird. Also DialogbotschafterInnen, die in der Schule, im Unternehmen, im Verein, einfach weiß, an meinem Beispiel, aus den Filmen, mit verschiedenen Übungen, wie das geht. und das würde ich gerne überall platzieren in Deutschland. Ja. Ich finde das einen sehr schönen Ansatz. Ich komme gleich darauf. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, und da kommen wir vielleicht auch zurück zu dir, dass, also wir haben gesehen, beispielsweise, die AfD lag im Januar, glaube ich, noch bei 25 Prozent. Jetzt sind wir, Gott sei Dank, ein bisschen weiter unten gelandet, auch wenn es immer noch zu viel ist, mit, glaube ich, 16, irgendwas Prozent bei der Europawahl. Aber da stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage, braucht es dafür eben die Brandmauer? Braucht es dafür die Abgrenzung? Darf man mit der AfD beispielsweise sprechen oder darf man das nicht? Oder braucht man eben genau das, diesen Dialog? Und da würde mich gerne so ein bisschen das Stimmungsbild auch auf diesem Panel noch mal interessieren, was eure Haltung dazu ist. Vielleicht Karline zuerst. Ich finde es tatsächlich sehr beeindruckend, was Mo alles erzählt. So mein Weg wäre das nicht. Ich finde, wir brauchen sehr viel mehr Klarheit in der Abgrenzung zu Nazis, zu überzeugten Rechtsextremen, die, man versucht sehr viel schönzureden, immer zu sagen, ja, ach, das ist ein Protestwähler oder denen geht es gar nicht darum und so weiter unterschätzt, damit immer dieses Große tatsächlich rechtsextreme Potenzial, das es gibt bei Menschen. Es gibt einen Begriff, der nennt sich Tone of Window und das meint, die Grenzen des Sagbaren, wo liegen die? Und gerade durch die Dynamiken von Social Media, wir haben darüber gesprochen, durch diese Wutalgorithmen, verschiebt sich das permanent, die Grenzen des Sagbaren. Umso wichtiger finde ich es, dass man öffentlich, analog, digital diese Grenzen setzt und eben auch einfach sagt, nee, da hört für mich jede Diskussion auf, das ist Nazi-Bullshit, darüber reden wir gar nicht, um überhaupt nicht diese Optionen in den Raum zu stellen, dass es Positionen gibt, die diskutabel sind. Da wäre ich, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht ein Dissens haben, aber da wäre ich deutlich wütender, mir persönlich zum Beispiel tut es auch gut, manchmal wütend zu sein und ich glaube, ein Punkt, der noch ganz wichtig ist, auch für diese Diskussion und für dieses Panel, wir reden jetzt die ganze Zeit und ganz viel darüber, müssen wir mit denen reden, wie müssen wir mit denen reden, wo müssen wir abgrenzen und so weiter und das führt so ein bisschen vom Kern dessen weg, was unsere Demokratie nämlich eigentlich braucht, so was Aletta wahrscheinlich auch weiß, Menschen, die bereits AfD wählen oder überzeugt sind, davon wegzubringen, ist sehr schwer. Warum? Wir kennen das von Kaufentscheidungen und wenn man etwas gekauft hat, man hat Geld dafür ausgegeben, man hat sich für etwas entschieden und dann zu sagen, ja, das war eigentlich scheiße, das würde bedeuten, man muss zugeben, einen Fehler gemacht zu haben, man müsste zugeben, man müsste, würde sein eigenes Selbstbild beschädigen. So ähnlich funktioniert das auch bei AfD-Wählern. Also jemanden von einer Wahlentscheidung wieder wegzukriegen, ist unglaublich hart und ich möchte einmal sagen, viel wichtiger ist es, DemokratInnen zu mobilisieren. Auch bei diesen, jetzt bei den Europawahlen war die Wahlbeteiligung höher, das haben wir gesehen und trotzdem ist es viel wichtiger, nicht permanent zu überlegen, was können wir gegen die AfD tun, sondern zu überlegen, was können wir für die Demokratie tun, wie können wir die etablierten Parteien besser machen, stärker, wie kriegen wir Leute dahin, uns zu wählen. Es geht nicht darum, dass Leute nicht die AfD wählen oder weniger Leute die AfD wählen, sondern es geht darum, dass mehr Leute die anderen wählen. Das ist dasselbe, was in Amerika passiert. Aber vielleicht seid ihr da auf einer Wellenlänge sogar, weil ihr wollt beide etwas für und weniger gegen und das ist ja vielleicht die Übereinstimmung. Ja, das stimmt, aber ich will nochmal klarstellen, also ich fand das wahnsinnig geil, also dass die Leute da auf die Straße gegangen sind und wo überall, in den großen Städten, aber auch in den ganz kleinen Städten, wo man echt mutig sein muss, da auf die Straße zu gehen, weil im Zweifel der Nazi, der nebenan wohnt, ich auch sieht, das finde ich richtig, richtig toll. Aber es ist natürlich wirklich da eine Brandmauer, ja, die vielleicht am Ende nur irgendwie noch ein ganz kleines Statement braucht, okay, wir sind wirklich dagegen, gegen diesen Nazi-Bullshit, aber wir strecken auch die Hand aus für Leute, die eben auch reden wollen und das finde ich, ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt sage, also ich weiß, dass die Nazis ja eh eine Mauer hochziehen, wenn ich jetzt auch noch eine Mauer hochziehe. Das ist aber so ein bisschen wie mit Putin verhandeln, weißt du? Nee, nein, also mit dem kann man ja nicht verhandeln, aber wenn ich jetzt, ich meine im Kleinen, also wo findet das denn statt? Überall im Kleinen, was weiß ich, in der Straßenbahn, im Verein, im Kleinen, kann ich überall, wenn jemand was Doofes sagt, sagen so, Mauer hoch, so, du hast was Doofes gesagt, Mauer hoch, du hast was Doofes gesagt, Mauer hoch, so, was passiert, hinter der Mauer stehen ja dann die Leute, die ziehen selber die Mauer hoch, alles klar, sowieso, aber wenn du jetzt auch noch die Mauer hochziehst, dann stehen die hinter der Mauer und was wir jetzt im Moment gerade machen ist, wir ziehen ständig eine Mauer hoch und hinter der Mauer sind dann aber jetzt nicht mal drei People, sondern da stehen jetzt Tausende, da stehen Millionen und die tauschen sich jetzt untereinander aus und welche drei Buchstaben stehen da oben drüber und das muss uns einfach bewusst sein, also dass es wirklich wichtig ist, nicht nur die Mauer hochzuziehen, das kannst du machen, wenn deine Emotion total hochkocht und du einfach nicht mehr kannst, dazu hast du immer das Recht, du kannst sagen Stopp, so nicht, aber sag doch auch mal anders gerne, anders gerne heißt nämlich, okay, die Art und Weise, wie du jetzt über Geflüchtete redest, finde ich wirklich mies, aber sag mal, hast du Angst oder was steckt da eigentlich dahinter? Ich würde gerne die anderen beiden noch einsammeln wollen, weil mich auch die Haltung dazu interessiert und dann kommen wir nochmal zu dir, Karline. Aleta. Ja, ich finde, die beiden Positionen müssen sich auch gar nicht so widersprechen, sondern die gehen eigentlich Hand in Hand, also es gibt einfach Kontexte, Momente, Situationen, da muss es möglich sein, die Mauer hochziehen zu dürfen, wenn man es selber nicht aushält oder wenn man auch weiß um die Reichweite, wenn man jetzt einen AfD-Politiker in einem Moment sprechen lässt, was das für Effekte hat bei Social Media und so weiter und das Gleiche gilt auch mit den Emotionen, die Wut auf rechts, ja, die darf sozusagen auch auf den Demos diesen kollektivierenden Moment haben dürfen, das ist ja auch wichtig für die Demokratie, dass man sich erkennt, ah ja, okay, es gibt einfach schon eine Masse in der Gesellschaft, die jetzt auf die Straße geht und sagt, nee, wir wollen eigentlich nicht so ein Land sein, wo man über Remigration spricht oder wo das eine Option werden könnte, politisch. Und das ist das eine, aber es darf natürlich auch nicht damit aufhören, so, ich war jetzt auf der Demo, habe mich da gut gefühlt und ja, jetzt müssen die Politiker oder die Betroffenen das lösen. Das ist das eine, Demokratie ist eben sehr anstrengend, das fängt im Alltag an und deshalb geht es auch darum, immer wieder den Dialog zu suchen und gerade bei den Beziehungen, die man hat, in der Nachbarschaft, in der Familie, da eben zu fragen, ja, warum denkst du so, warum fühlst du so, was steckt hinter der Wut, lass uns drüber reden, Formate schaffen, deshalb diese Initiative ist genau das, was wir brauchen, finde ich schon auch, dass der Dialog nicht abbricht, weil Nazi raus ist irgendwie eine tolle Parole, aber wo sollen die denn hin? Die gehören leider auch zu unserer Demokratie, die leben hier und wir müssen irgendwie mit ihnen zurechtkommen und das hat dann auch was mit Machtverhältnissen zu tun, wenn die stark werden, dann kann man sie nicht einfach ignorieren und von daher braucht es da ganz viele verschiedene Ansätze, denke ich, nicht mit Rechtsextremismus umzugehen und nicht die eine oder die andere Antwort. Maria? Ja, Fakt ist einfach nicht die Frage, brauchen wir Mauern, sondern sie gibt es halt eh. Es gibt den Moment der Mauern und es gibt den Moment der Dialoge und eine Gefahr, die ich immer wieder sehe bei der großen Frage, ob wir JournalistInnen und Menschen, die man laut Gerichtsurteil als Nazis bezeichnen darf, in Talkshows einzuladen, dann müssen wir leider der Realität ins Auge blicken, dass die das für sich nutzen und dass Desinformationen ein Riesenproblem sind und dass auch wenn der Faktencheck in dem Moment funktioniert hat, weil Karin Miosga es vielleicht geschafft hat zu sagen, das ist eine Lüge oder das stimmt nicht, dann wird dieser Politiker sich diese 60 Sekunden rausholen und die wird er auf all seinen Kanälen droppen und dann steht da oben, er hat die Karin zerstört und dann glauben das alle und dann steht da kein Faktencheck und dann gibt es da auch kein Community Management. Das ist eine Realität, deswegen finde ich auf jeden Fall, Nazis gehören nicht in Talkshows, in denen man der Gefahr ins Auge blicken muss, dass Desinformationen aus dem Kontext gerissen werden und das ist eine riesengroße Gefahr und ich finde es ganz wichtig, eher dahin zu sehen, wo eben Ressourcen sind, um überhaupt Leute irgendwo in eine Talkshow zu setzen, mit Filmen zu begleiten und dann bin ich Fan davon, das so zu tun, dass das demokratiefördernd ist und dass ein Gespräch halt zum Beispiel auch mehr in die Tiefe gehen darf, manchmal nervt es mich dann, aber vielleicht auch, weil ich gerne halt würde, dass der Dialog tiefer geht und wir nicht da aufhören erstmal zu fragen, wer darf denn in diesem Land leben, sondern eben dann über Sicherheit sprechen oder über Werte sprechen oder über so viele andere Dinge, die uns eigentlich als Gesellschaft zusammenhalten und eben nicht spalten. Das finde ich eben auch, dass Nazis nicht in Talkshows hinein sollten. Punkt. Ich würde gerne mit euch in eine Schlussrunde gehen wollen, einfach in Anbetracht der Zeit und würde nochmal tatsächlich sehr viel enger auf das Thema Gefühle gucken wollen und zwar, inwiefern man Emotionen nutzen kann, um Menschen für Demokratie zu begeistern oder, ihr dürft auch eine andere Frage wählen, inwiefern in der Emotionalisierung von Politik auch eine Chance zur Erneuerung der Demokratie liegen kann. Wir fangen einfach mal bei dir an, Mo und machen die Reihe rum. Wie gemein. Emotionen, inwieweit man die Emotionen nutzen kann, um Menschen zu begeistern. Ja, da würde ich sagen, sollten wir die Kunst nutzen. Also die Kunst, das kann der Film sein, das kann das Buch sein, das kann das Theaterstück sein, wo Menschen eben nicht nur für so einen kurzen Post irgendwo sitzen, sondern einfach sich ganz intensiv mit einem Thema auseinandersetzen, was sie da eben präsentiert bekommen, was durchdacht ist, wo sich viele Leute Gedanken drüber gemacht haben und dann eben noch den nächsten Schritt, und das hast du ja gesagt, Maria, dass man dann eben von dort in die Diskussion geht. auch vielleicht mal gemeinsam zu Hause einen Film anschauen oder sowieso gemeinsam ins Theater gehen, gemeinsam ins Kino gehen und danach einfach wirklich darüber zu diskutieren. Und diese Emotionalität, die man dann auch in dem Film oder in dem Theaterstück erlebt, ja, darüber einfach mit anderen zu sprechen. Es gibt doch genügend Leute, die sind auch so viel alleine mit sich und das kann man ja auch nutzen, Leute zusammenzubringen. Ist das eine Antwort? Ja. Ja? Karline. Ich glaube, ich muss, ich kann einfach auch ein kleines Beispiel aus dem Wahlkampf verweisen, um nochmal deutlich zu machen, dass die richtige Emotion an der richtigen Stelle Politik beeinflussen kann, Geschichten beeinflussen kann, eine Wahl beeinflussen kann, genauso wie eine negative Emotion jemanden die Kanzlerschaft kosten kann. Wir erinnern uns daran, Armin Laschet stand im Flutgebiet im Ahrtal, wurde in einem ungünstigen Moment gefilmt, weil er gelacht hat. Und das war eine Emotion, die hat ihm, da sind sich eigentlich alle einig, das hat ihn am Ende die Wahl gekostet. Das heißt, diese Frage, wie können wir, und ich bin überzeugt davon, man kann das trockenste Thema mit einem guten Zugang, mit einer guten Geschichte, mit dem Handwerk des Storytellings spannend erzählen, interessant erzählen, überraschend erzählen. Man kann es so erzählen, dass die Leute verstehen, was hat das mit mir zu tun. Politik muss viel besser darin werden, mit den Emotionen, die es gibt, in der Bevölkerung umzugehen, sich zu überlegen, ist das eine Emotion, die wir auflösen können, die wir umlenken können, ist das eine Emotion, die wir bestärken können, oder wie können wir diese Emotion, in der sich ein Land gerade befindet, nutzen, um damit Politik zu machen. Und diese Frage sollte sich wirklich nicht nur in die AfD stellen. Vielen Dank. Maria. Wir haben jetzt oft über Wut so gesprochen, als wäre das negativ. Vielleicht möchte ich zum Ende nochmal eine kleine Liebesbotschaft an Emotionen raussenden, die unangenehm sind. Ich finde es richtig wichtig, als Gesellschaft, und besonders packe ich mir an da, an meine eigene Harmonie, bedürftige Nase, unangenehme Gefühle auszuhalten. Und da auch mal sitzen zu bleiben, wo es weh tut, in vielen verschiedenen Arten und Weisen, das Kollektiv zu suchen, bedeutet manchmal auch, diese unangenehmen Gefühle anzunehmen und als Gesellschaft anzuerkennen, dass es manchmal richtig toll ist, dass es auch Situationen gibt, in denen das Lautsein und das Unangenehme Sein genau der Moment ist, der zur Veränderung führt und nicht der, ich bleibe zu Hause oder auch nicht der, ich lächle lieb, aber eigentlich mache ich meinen Maul nicht auf. Aleta? Ja, dann bleibt mir vielleicht der Verweis auf die positiven Emotionen, die demokratiefördernd sind, weil Demokratie bedeutet ja eigentlich kollektive Selbstbestimmung und das ist eigentlich was, was total begeistern sollte. Und dazu gehört aber dann eben sowas wie Selbstwirksamkeit, dass man das in seinem eigenen Leben spürt und das fängt im Kleinen an und Karline, du hast vorhin ein bisschen kritisch geguckt. Ich stimme dir da auch total zu, dass es darum geht, nicht nur auf die Nazis und die Rechtsextremen zu gucken, sondern sich zu überlegen, ja, wie sieht für mich das gute Leben aus in der Gemeinschaft, für mich selber, aber auch für die anderen und was macht mir eigentlich Spaß und das im Kleinen. Ich habe meine Hobbys, ich habe meine Freunde, ich bin im Verein und da was bewegen und nicht die politischen Fragen außen vor zu lassen. Es geht um Fairplay im Sport, es geht um Selbstbestimmung, wenn man irgendwie ein Straßenfest macht. Also diese Alltagsmomente, die Spaß machen und eigentlich auch was mit Politik zu tun haben, wenn man eben aus der eigenen Bubble rausgeht und mit den anderen in Kontakt kommt und da sich zusammen zu überlegen, ja, in welcher Stadt wollen wir leben, in welchem Viertel, wie soll Schule gestaltet sein. Das ist gelebte Demokratie und das sollte eigentlich Spaß machen. Vielen Dank. Ich bedanke mich bei euch, bei dieser Runde. Ich habe ein paar Punkte mitgenommen. Auf jeden Fall müsste Politik Emotionen viel besser wahrnehmen, um auch damit zu arbeiten. Es braucht mehr Dialog, vor allen Dingen auch über Social Media, aber eben auch im Privaten. Es ist auch ganz wichtig, im Präsent auf Social Media zu sein. Schon allein das Mitlesen kann eine ganze Menge verändern. Es gibt auch demokratierelevante Gefühle und wir müssen auch die Kultur fördern und nicht kaputt sparen, denn auch das ist eben gelebte Demokratie. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei meinem Podium. Einen großen Applaus bitte, ja.